Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Freeland und in diesem Video möchte ich dir 5 Kryptowährungen für den November 2023 vorstellen, die ich persönlich für kaufenswert halte. Und dementsprechend habe ich auch mal nach links und rechts geschaut, neben Bitcoin und Ethereum und auch mal kleinere Projekte rausgesucht, die nichtsdestotrotz umso spannender sind. Und von daher, bleib gespannt auf jeden Fall, bis alle 5 Projekte durch sind. Und das Ganze natürlich wie immer keine Anlage beratet, nur meine persönliche Meinung. Und schreib auch du gerne mal jetzt in die Kommentare, was denn dein Kryptofavorit ist. Und ich bin sehr gespannt und jeder Kommentar bekommt auch eine Antwort von mir. Ja, und wir beginnen gleich mit dem ersten Projekt, was ich ja sehr spannend finde, nämlich Bitcoin ETF Token. Und ja, das beinhaltet quasi das Thema, was auch draufsteht, nämlich den Bitcoin ETF, der ja jetzt bald kommen soll. Und das ist ja eigentlich das größte Thema aktuell im gesamten Kryptoraum. Und dieser Token behandelt quasi genau diesen Bitcoin ETF, beziehungsweise belohnt dich, wenn ein Bitcoin ETF zugelassen wird. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, denn wir stehen ja meiner Meinung nach oder der Meinung von vielen Branchenexperten auch, dass eben dieser Bitcoin ETF kurz davor steht, eben zugelassen zu werden. Und das Ganze ist ja dann von BlackRock, von Grayscale und so weiter eben beantragt worden bei der SEC in den USA. Und dieser Token hier, der ist quasi so aufgebaut, dass jedes Mal, wenn ein Meilenstein auf dem Weg Richtung Bitcoin ETF eben erreicht wird, also zum Beispiel eben, dass eben der Bitcoin ETF genehmigt wird, dass er dann auch zugelassen wird, dass er aktiv wird, dass dann eben auch zum Beispiel das Ganze ein gewisses, ja eine gewisse Marktkapitalisierung und so weiter auch erreicht hat. Das siehst du jetzt hier, das sind die einzelnen Meilensteine. Und jedes Mal, wenn so ein Meilenstein erreicht wird, dann werden eben hier Anteile, zum Beispiel 5% des Gesamtangebots pro Meilenstein eben verbrannt. Das heißt, von der Gesamtanzahl an Bitcoin ETF Token werden immer 5% weniger, je Meilenstein, der erreicht wird. Das heißt, das Angebot wird kleiner und dementsprechend deine Coins, die du hast, eben mehr Wertpotenzial. Also von daher sehr spannend und eben gerade mit dem aktuellen Thema Bitcoin ETF sehr, sehr spannend und dementsprechend auch meiner Meinung nach kaufenswert. Ja, kommen wir zu Solana. Es ist jetzt kein großer Überraschungskandidat hier in der Liste. Es ist eines der besten Projekte des Jahres. Ich bin leider nicht investiert. Und ja, hier haben wir wirklich einen sehr, sehr starken Anstieg dieses Jahr gehabt. Könnt ihr gerne mal nachschauen, auch im Chart, wie es da bei Solana abging. Also wirklich eines der besten Kryptoprojekte des Jahres. Und ich glaube persönlich, dass es hier auch noch weiter nach oben gehen kann. Gerade dann eben auch, kommen wir wieder zum Bitcoin ETF, der genehmigt wird vermutlich noch dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres dann das Bitcoin Halving und so weiter. Also gerade wenn es Richtung, ja, Krypto-Sommer quasi geht. Also wir hatten jetzt ganz, ganz lange den Kryptowinter, wo eben viele Kryptoprojekte so im Dornröschenschlaf waren oder eben auch stark gefallen sind. Und gerade eben auch jetzt hier, wo eben auch der Bitcoin und so weiter wieder angezogen ist, ist eben Solana überproportional angezogen. Und dementsprechend hier Solana definitiv ein spannendes Projekt, was sowohl eben, ja, rein vom Fan-Charakter quasi, weil es eben viele Supporter gibt für Solana, aber eben auch technisch gesehen sehr, sehr spannend ist. Also von daher, man kann da so einen kleinen Hype auslösen, der aber trotzdem auch technisch begründet ist, weil das eben ein gutes technisches Projekt ist. Und eben auch viele Unternehmen auch mit Solana schon zusammenarbeiten. Man sieht das hier zum Beispiel Shopify. Und von daher, diese Kombination macht es natürlich umso spannender. Gibt selbstverständlich noch andere Projekte, zum Beispiel Phantom und so weiter, wo ich ja auch selber investiert bin. Aber Solana definitiv auch ein heißer Kandidat für die nächsten Monate. Ja, jetzt wieder ein etwas kleineres Projekt, was ich dir noch vorstellen möchte, neben Solana und dem Bitcoin-ETF-Token, nämlich den BTC-Mindtricks-Token. Und auch hier hat es etwas mit dem Bitcoin zu tun, aber in dem Fall auch hier eine schöne Anwendung oder eine interessante Anwendung, die durchaus Sinn macht. Nämlich, du kennst ja wahrscheinlich das Thema Bitcoin-Minen oder Krypto-Minen. In dem Fall Bitcoin-Minen, also dass eben ein Bitcoin erstellt wird. Das schaffst du ja mit Rechenleistung, mit eben Prozessoren und so weiter, die du dann eben zur Verfügung stellst. Dann musst du ja zum Beispiel eine Grafikkarte holen, dann musst du dann Strom zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Das Ganze ist natürlich relativ schwierig für einen Privatanwender umzusetzen, weil natürlich auch diese Prozessoren Geld kosten, weil das Mining an sich Geld kostet und so weiter. Und der Bitcoin-Mindtricks-Token schafft hier quasi eine Möglichkeit, auch für private kleine Anwender Bitcoin zu minen, indem man sich eben diesen Token hier zulegt und dementsprechend diesen dann dort staked, also anlegt und damit quasi auch Bitcoin schürfen kann. Das heißt hier wirklich viele Vorteile, weil man eben nicht das teure Equipment erstmal anschaffen muss, weil man dann eben auch nicht diese Unsicherheit hat, wenn man dann eben das Mining macht, dass dann eben das Ganze eben auch abgesichert ist und so weiter. Du siehst jetzt hier mal kurz die ganze Gegenüberstellung. Also sowohl, wie gesagt, von den Kosten, Sicherheitsmaßnahmen, Risiko, Einfachheit und auch der Login-Zeitraum ist hier wesentlich besser meiner Meinung nach. Natürlich selbstverständlich, das normale Bitcoin-Mining und so weiter, das ist natürlich trotzdem auch sinnvoll und aber eben erst in größeren Maßstäben besonders lukrativ, beziehungsweise lohnt sich da erst und ja, dementsprechend hier der BTC-Mindtricks-Token bietet hier eben Zugang auch für kleinere Leute, für kleinere Budgets und so weiter, dort eben auch mit dem Bitcoin-Mining eben selbst zu starten, beziehungsweise davon zu profitieren und dementsprechend auch hier ein starkes Projekt, wie ich finde, was eben sowohl technisch sehr interessant ist, beziehungsweise vom Nutzen, aber eben auch grundsätzlich eben wegen dem Nutzen dann auch einen kleinen Hype auslösen kann. Dementsprechend auch hier meiner Meinung nach durchaus interessant, sollte man sich mal angeschaut haben und durchaus sinnvoll. Ja, kommen wir zum Wallstreet-Memes-Token, den habe ich schon öfters mal vorgestellt. Kann jetzt der eine oder andere sagen, okay, warum stellt sich das schon wieder vor? Weil es hier nämlich News gab und das hat sich jetzt vermutlich auch schon für diejenigen ausgezahlt, die eben auch hier bei den letzten Malen vielleicht schon zugeschlagen haben, denn es gab hier jetzt eine Einführung bei dem Wallstreet-Meme-Token grundsätzlich mal ganz kurz. Was ist es überhaupt? Also Wallstreet-Memes ist ja quasi die riesen Social-Media-Community hinter quasi den Wallstreet-Memes. Das heißt, diese Memes, diese lustigen Bildchen zum Thema Krypto und so weiter und Aktienmarkt und alles Mögliche. Und hier gab es jetzt eben eine Plattform, die jetzt da zusätzlich geschaffen worden ist, wo man eben diese Wallstreet-Memes-Tokens verwenden kann, nämlich ein Wallstreet-Memes-Casino. Und dieses Casino lässt sich eben dort mit besonderen Premium und so weiter dort spielen. Und dementsprechend hat das Ganze jetzt auch einen wirklichen Nutzen. Davor war es ja wirklich eigentlich nur ein Spaß-Token, der eben aufgrund der großen Community eben sehr, sehr stark gehypt worden ist. Und du kannst den auch hier staken. Also auch das ist noch natürlich immer noch eine Möglichkeit. Also von daher auch hier wirklich jetzt eine reale Anwendung und das kann wirklich auch gut durch die Decke gehen, weil eben gerade so viele Leute das Projekt unterstützen, weil so eine große Community dahinter auch steckt. Und alternativ kannst du übrigens, apropos große Community, mal den TG-Casino-Token anschauen. Also der hat mit Telegram zu tun. Auch das ist sehr, sehr spannend. Und beide Projekte eben in einer spannenden Branche unterwegs. Und dementsprechend natürlich auch hier wirklich ein Projekt oder beides Projekte, die wirklich sehr, sehr spannend sind. In dem Bereich muss man natürlich selber vertreten, wo man sagt, okay, das ist eine Branche, wo ich auch sage, da möchte ich investiert sein und letztendlich hier auch daran partizipieren. Es hat aber, wie gesagt, einfach diesen tollen Überraschungsmoment jetzt hier gegeben, weil das in den letzten Monaten eben noch nicht so klar war, welcher Nutzen tatsächlich dahinter steckt. Das war natürlich der große Hype von der Community auf Social Media dahinter, aber eben noch kein Nutzen erkennbar. Der ist jetzt erkennbar und von daher sowohl das als auch eben das andere Projekt, der TG-Casino-Token, ist eben auch sehr, sehr spannend und dementsprechend auch beide mit einem konkreten Nutzen. So, und jetzt kommen wir zum wahrscheinlich heißesten Projekt des Jahres, nämlich Caspar. Caspar, und Caspar hatte ich auch lange nicht auf dem Schirm, leider, ist ja auch von der Webseite, da schauen wir uns jetzt mal hier mal an, wirklich super, super, super ausladend eigentlich, also echt nicht spannend. Aber wenn wir uns jetzt gleich mal den Kursverlauf anschauen, dann wirst du sehen, dass das wirklich der absolute Hammer ist und mittlerweile eigentlich der beste Token des Jahres, also mit der besten Performance. Und auch hier, es gibt eine klare Anwendung. Es löst das Bitcoin-Trilemma oder das Krypto-Trilemma, also Sicherheit, Dezentralität und Schnelligkeit eben auf der Blockchain. Wobei hier Caspar Network eben eine spezielle Blockchain nutzt, beziehungsweise eine spezielle Technik, keine klassische, wo das Ganze eben hier ja durchaus noch schneller geht, noch sicherer und noch dezentralisierter sein soll. Und ja, wenn wir uns jetzt mal hier das Projekt anschauen im Kursverlauf, wirklich der absolute Hammer, absolute gigantische Rendite. Also wenn du hier am Anfang investiert hättest, wärst du jetzt Multimillionär wahrscheinlich, wenn du mit 1.000 Euro investiert hast. Also wirklich absoluter Wahnsinn. Ich glaube mal 67.000 von der Rendite seit Anstieg, also seit Beginn, also wirklich extrem. Und selbstverständlich, sowas kann auch schnell wieder zusammenkrachen. Aber ich persönlich gehe davon aus, dass wir hier durchaus noch, wenn jetzt dann auch diese ganzen, ja, kleinen Negativ-Geschichten, die jetzt in der Vergangenheit, in den letzten Tagen, ja, den Bitcoin, aber auch generell den Kryptomarkt wieder ein bisschen abgeschwächt haben, wenn die wieder passé sind und auch generell das Ganze in einem Kryptosommer wieder ausbricht, quasi nach oben, der gesamte Kryptomarkt sehr, sehr positiv führt und quasi eine Rallye ausgelöst wird, kann gerade so ein kleines Projekt wie Kasper eben auch hier vermutlich wieder zulegen und von daher auch hier wirklich ein spannendes Projekt, was man auf jeden Fall zumindest mal auf dem Schirm haben sollte. Und du darfst auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du diese Projekte findest, auch gerne eigene Projekte vorschlagen und jeder Kommentar bekommt auch eine Antwort von mir. Und ansonsten auch gerne ein Abo dalassen, wenn noch nicht geschehen. Ich lade alle zwei Tage ein Video hoch zum Thema Aktien, Geld und Finanzen. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche dir alles, alles Gute, viele schöne Renditen, dein Flo Farrell.